Soos, wieder hier, zusammen mit Kaiser Franzi, Kaiser Franz Nur zum Spaß und es hängt schon wieder, was ist mit diesem Spiel los, es macht mich wahnsinnig Nur zum Spaß, zocken wir mal wieder hier ein bisschen Woffener zusammen, Low Level Oh, hier gibt es Basen, hätte ich fast vergessen Ich fliege hier die SB2 M103, wie hier steht es 103U MV3 So Nöflex, ein Flugzeug, wahrscheinlich mit Flügeln Ist hier gerade da, ich habe ganz schön Packard los, was ist hier eigentlich los Paketverlust Das heißt, es kommen nicht alle Daten rechtzeitig an und dadurch entstehen auch Okla und sowas Alles, ne Zumal eben gerade lief es komischerweise besser Naja, wer wird mein Rechner unheimlich alt oder alle Spiele sind mittlerweile zerfickt Wer weiß das schon, wer weiß das schon Schlimm ey Obwohl mit dem Panzern war es auch richtig schlimm gerade am Anfang so, ne Das ist immer schlimm Nö, ich meine generell auch so mit der einen, ey, ist ruckel wie Fotze, alter Aber der Grund ist mir nicht gefragt, vielleicht hat es was mit Knotenpunkten zu tun vom Internet oder Keine Ahnung ey Also komischerweise mein Rechner ist älter Ja, wenn dein Rechner älter ist, wie willst du mir damit sagen, dass man ähm, etwas modernere Rechte hat, zu schlecht für dieses Spiel ist oder was Also es hat irgendwelche Gründe, aber wieso auch mit der Technik, ich hab's noch nicht rausgefunden Zumal an manchen Tagen läuft's prima, ne Und an anderen Tagen wirklich wie der letzte Schrott Das hab ich aber nur mit bestimmten Spielen, zum Beispiel auch noch World of Warships und so, ne Was meine Bombenlast war irgendwie, zweimal 500 und zweimal 250 oder so Also fast unspielbar, ey, oh shit Da kommen schon Raketen an mir vorbeigeflogen, oh, ich sollte irgendwie weg oder so Ich stecke jetzt Kamikaze auf Fuck you, alter Ich hab nicht mal die Basis getroffen, ne Doch, jetzt, jetzt hab ich sie zerstört Ich hab mich irgendwie wunderbar zu lange gedauert Hab ich gerade gesagt, ja Ich kann kaum spielen, das ruckelt die Sau Oh, Wahnsinn Ich versuch schnell nur auf die andere Basis zu fliegen Ah, ist ja krass Ich hab das noch nie gehabt Du kannst dir alle meine Videos angucken Ich hab noch nie so'n Geruckel und so'n Gefickel gehabt Wahnsinn Echt Und das sieht auch so, ich mach ein Manöver, dann hängt das kurz Und plötzlich ist das, als würde das Flugzeug durchdrehen, so, ne Ist irgendwas im Nebel Wie ist die Trickbasis Wird natürlich immer noch verfolgt Naja, ich spiel jetzt einfach so ruckelnd weiter, ist mir egal Scheiße Ich bin heute so anarcho Der Bastard hinter mir, ey, dass er sich nicht verpisst, ne So, jetzt kann ich auch eigentlich gar nicht mehr fliegen Also nicht mehr steuern und nix Ich werde beschossen Ich glaube, ich bin nicht an die Basis Ich kann eigentlich auch nix mehr machen hier Ich stürz ab und irgendein Spaddel kriegt die Hilfe nix Oh, sein Motor war kaputt Wie nochmal mit der SB2 Ruckel, ruckel, ruckel Wahnsinn, Alter Wenn ihr das sehen könnt, eigentlich ist es schon fast lustig Weil das ist so Als würde du das Spiel Und zwei Leute schlagen auf deinen Rechner ein Und der kriegt nix mehr klar Zu geil Also eigentlich nicht, oder? So, wie sieht es denn aus hier? Ah, gar nicht mehr gut Gar nicht gut da Die eine Basis ist fast weg, aber die ist mir auch selber zu weit weg jetzt Nee, weil eben gerade lief's auch nicht so schlimm, ne Als wir eben gespielt haben, so wie jetzt Keine Ahnung, was los ist, ey Komm nicht klar drauf Oh, scheiße, das ist ein Cinderland Ich mach mal kurz ein bisschen Turbo hier Ich mach mal kurz ein bisschen Scheiße, Mann Ich bin wieder so fucknappel, der mich abschießen will hier Müssen wir uns wohl auch schaffen Boah, ist das erbärmlich Also in Kombination mit dem Geruckel hier ist natürlich nicht spielbar Aber mit dir läuft's gut, ja? Herrlich Ich weiß nicht mehr, ob da unten die Basis ist Oder irgendwo dahinter, oder Ich weiß nicht mehr, ob da unten die Basis ist, oder irgendwo dahinter, oder Wenn ich da gemschen bin, öhh Ich bin richtig hinten Da unten Mhm Gut versteckt Dass ich überhaupt noch am Leben bin Was? Aber jetzt nicht, ne? Jetzt werden wir nicht mehr die Alter, der Typ gibt nicht auf, ne? der kleine lappen der ist so verbissen drauf mich wegzusammeln richtig niedlich richtig niedlich von dem fliegt doch immer im kreis um mich rum weil er angst hat dass vielleicht mein schütze ich habe ja nur einen verkackten schützen hier ne der treffen könnte und da hat er voll angst vorne geht sie runter und dass mich lieber von der flacken wegsammeln ich bin jetzt absichtlich so ich als wenn dann will ich mich lieber von der flack wegballern lassen und hier steht aber noch anfang kann ich nicht machen abgeschossen vom flack hier ab und bergab die freu mich da hat wenn der bekloppt hat ahhh geht mit dem weg rein ah ne bei dem geruch hat das bringt ja nix schieß die flack nicht weg Ich weiß es nicht mehr. Wann ist er denn? Ich kann nicht... So, nochmal rein. Wenn du das sehen würdest, wie ich hier spielen muss, dann ist das schon witzig, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Eigentlich ist es, glaube ich, nie so clever, da rein zu fliegen jetzt. Ne, ich mach andere Sachen hier. Vielleicht die Bohnen anhalten da unten? Alter, ich hab fast abgestürzt hier, ne? Das ist mein Quatsch. Jetzt haben sie mich natürlich, jetzt haben sie mich. Oh, ich hab sogar einen Kill gemacht. Oh, da kommt schon wieder ein Gegner. Ähm... Was? Es ist, äh, so lange wie... Was ist mit dem denn, Alter? Oh, ne, Mann. Mal klick rein, du kleiner Pisser. Na, Kaali. Pfff. Ja, genau. Der Typ, ne? Was für eine Schrottführer sein. Also, das muss man wirklich mal gesehen. Hier, irgendwie. So, jetzt ruckel ich mich auf den Gegner runter. Komm! Oh, ist schon weg. Bom, 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 Bom. Noch ein anderer geht mit dem Anruckeln. Shit. Ey, echt jetzt das überhaupt noch Schaffepil zu machen hier ist so ein... Oh, da ist ja der Spaddel. Oh, da ist ja der Spaddel. Oh, da ist ja der Spaddel. Der ist ja weg. Mann, ich sehe auch nichts nöhn hier. Scheiße. Hast du die verfolgt? Ja, aber ich, ja... Naja, ist auch gar nicht so clever eigentlich, also für mich jetzt eine Pissimum-Bürze zu verfolgen. Aber ich probier's trotzdem. Ich schaff's halt noch nicht, ne? Ich hoffe ja mal eigentlich, dass er irgendwann so ein Manöver macht. was mir jetzt fast passiert wäre, dass er einfach verreckt, ne? Alle wollen jetzt diesen Piss-A-Kill. Oh, du eine Scheiße, Alter. Na ja, danke fürs Zuschauer, weil nur zum Spaß. Ja, ich würde mich mal interessieren, ob ihr auch so ein bestialisches Geruch gehabt habt, von einem Tag auf den anderen. Ohne dass überhaupt irgendwelche Sachen verändert wurden, oder von einem Match auf den anderen. Würde mich mal interessieren, sag's mal, knallt's in die Comments. Kannst du das ein Abo, oder de-abonniert... Ne, ich's mir... Ne, abonniert bitte. Also... Bisschen sehr... Also viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns. Hau rein. Bis denn dann. Ich sag tschüss. Hehehe. 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 Hehehe.